So meine Damen und Herren, ich bin im Schloss. Ich auch! Ich seh euch nicht. Warte mal, seh ich euch auf der Map? Ist das auf dem Motorrad? Nö, ich seh auf der Map auch gar nicht, was ich machen soll. Hä? Das war doch einer von uns, oder? Oder war das jetzt ein Gegner, der mich umgeritt? Ich bin hier mitten in der Schlacht schon gespawnt. Krass, Mann. Ich komm zu dir, wer auch immer das hier unten ist. Wenn ich keine Minimap, das ist scheinbar so ein Hardcore-Server. Ja, das ist Hardcore, ja. Man sieht auch wieder nicht, wer Gegner ist. Als erstes, wenn man die ansieht. Das ist mal von uns, oder? Tatsache. Deswegen hab ich das nicht gesehen, dass der... Achso. Das ist ja kacke. Ich knall einfach alles ab. Ich knall einfach alles ab. Mir scheißegal. Hauptsache, ich töte was. Da schießt ihr auf mich? Ja, das war einer von uns. Was ist hier los? Da, fress das! Boah, der steht hier in der Ecke. Scheiße. Guck mal rein, kommt links in der Fallung. Aber geil, Hardcore. Ne, eigentlich scheiße, weil du siehst gar nichts. Für uns Loops ist das nichts. Ne, aber er fällt gleich bei einem Schuss, ne? Ich hab bei COD immer viel Hardcore gespielt, aber da war es irgendwie einfach. Also... Oh, davon. Ah ne, ist vorhin, vorhin, vorhin. Okay. Fast hätte ich ihn umgeniedert. Ich auch. Äh, was müssen wir hier... Achso, wir müssen alles halten. Einsatzziel Cäsar. Cäsar? Wo ist Cäsar? Ja, er hat Zeppenschein noch von uns abgeknallt. Du hast ihn erschossen, Digga. Das war ein anderer Spieler. Achso, achso. Wie drast es. Achso. Auf zu C, Jungs. Da wird gemetzelt. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin hinten. Ich komm nach vorne. Ja, spiel mal Medic, dann kannst du uns auch wiederholen. Das ist so krass, Alter. Ich seh einfach, ich will immer schießen und dann ist das einer von uns, Alter. Richtig. Hä? War ich das nicht? Es wurde schon wieder vom eigenen gekillt. Ich hab einen umgelegt, aber es wurde mir nicht mal an... Also, du siehst nicht mal deine Kills, oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Stahlbock! Rein, das Ding! Hey, Crusher, 20 Meter! Nee, schaffst du nicht. Die eigenen Leute schießen ja die ganze Zeit auf Messer. Keiner kann den Medic leiden, Digga. Dieses Weichei, der sich ständig mit Medizin versorgt. Repariert! Ist geil, ich spawne im Panzer und weiß nicht, wie ich aussteigen kann und das Ding explodiert. Achso, ich saß neben dir. Wir sind zusammen hochgegangen. Ist so geil, ich drücke alle Tasten, Alter. Ehe habe ich nicht gedrückt. Der ist es aber. Ich wollte gerade raus, da war es schon passiert. Benji, ich knall dich jetzt ab. Ich will auch einen Kill, scheiß drauf. C, wir müssen immer noch zu C. Die, die Deutschen erkennst du, die ist noch so grau, oder? Achso? Ja, ja, doch. Ja, und die haben die Helme, Stahlhelme auch, ne? Ach ja, also die erkennt man schon. Okay. Ich habe immer so ein schlechtes, schlechtes Gedächtnis für Uniformen, so ein Kram. Zumal ich ja vom Hellen ins Dunkle reingehe. Aber die Maps sind immer noch geil. Ja, die Maps sind geil. Jetzt hätte ich Benji was abgeknallt. Naja, vielleicht muss man sich bloß dran gewöhnen, weißt du? Wenn du auf den Gegner schießt, nimmst du ihn ja eh ins Visier. Meistens jedenfalls. Von wo denn? Vom Dach oben drauf? Oh, ich habe 330 Kriegsanleihen gekriegt. Ich habe alle, die seiner Tod voll ist. Oh, ich habe, wenn du mich meinst... Ja, tut mir leid, Alter. Ich habe das... Das ist auch der Schuss. Ha! Ich habe vier Kills gemacht. Also jetzt nicht am Stück, aber... Oh, danke, danke! Komponenten? Na... Boah! Nein! Das war eh ich wieder. Scheiße, das ist der Dunk. Du hebst mich auf und ich lege dich um. Das ist der Dunk. Mann, Scheiße, ich kann dich nicht mal retten. Da liegst du wie ein Häufchen Elend. Aber ich hatte schon geprefeiert, bevor du in mein Visier gekommen bist. Und dann war die erste Kugel schon auch die tödlichste. Die tödlichste Kugel, die ich jemals abgefeuert habe. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, ich bin bei dir. Ah, nein! Scheiße, geh doch! Ey, selbst mit der Sourate! Ey, das ist doch kacke, Mann. Ich aim' an und schieße natürlich gleich. Und dann sehe ich... Das ist doof. Hardcore ist scheiße, irgendwie. Freunde, ich habe so vier Kills. Das ist ja auch kein Wunder, Mann! Na, der zählt doch nicht. Der zählt nicht. Nee, da hast du schon zehn Kills gemacht. Naja, dich und... Also, ich hätte theoretisch sieben, aber... Ich meine, ich versuche nicht zu halten. Eure zählen ja nicht. Wer ist denn das hier? Ach, nur die Grauen-Chief. Oh, sie kommen! Sie kommen! Geh da weg! Ey, jetzt habe ich aber... ein Ordensband kassiert. Bin direkt hinter dir! Was mir gut gefällt. Du kannst mir nicht in den Rücken schießen. Nee, aber Teamkills zählen nicht direkt. Das ist Kacke. Äh, nee, das ist gut, meine ich. Das ist Kacke, sagt er. Ich glaube es nicht. Ein frecher Hund, du! Nein, ich habe mich nur leicht versprochen. Hast du aber andere Attack, oder? Ja, irgendwie nicht. Ah, haben wir! Ah, ist auch wieder der Wegraum sonst. Ja, macht ja nichts. Wir haben ihn ja wieder eingenommen, ne? Ja, ich nicht. Ich habe keinen Punkt gekriegt. Ja, ich auch nicht. Wer läuft denn da rum? Aber was sieht denn da so aus wie ein Stier? Wer bist denn du, Benji? Bist du das? Ich ja. Ja. Alter, du siehst ja krass aus. Lass dich mal angucken. Alter! Alter, siehst du cool aus. Wie so ein Ritter oder sowas. Wie sehe ich aus? Das war ich, das war ich Diggi. Ich habe dich aber nicht getroffen, ne? Bestimmt wie der letzte Noob. Ja, das dauert echt zu lange, bis das aufgezeigt wird. Ja, sag ich doch. Jetzt bin ich gestorben da bei dem Tor irgendwo links. Ja, ich habe auch Treue und Trojo oder so eine mit so einem hässlichen Bunny, Alter. Benji, was? Ey. Das kann doch seine fetten Mutter erzählen, der Hurensohn. Alter, Matze. Jetzt hör doch Spaß auf! Ihr Ratten! Ich krieg schon wieder Hits! Sniper und holen mir die, ja. Ach, das ist natürlich eine gute Idee. Jetzt, wenn es los sein wird. Wie ist denn das eigentlich, wenn ein Panzer irgendwo hinschießt? Legt er seine Mates dann direkt mit um? Paul, machst du das? Wolltest du mich aufheben, oder? Na, ich wollte bei dir joinen. Achso. Aber irgendwie ging es nicht. Ich mach dann mal gleich direkt. Panzer von einem ist kaputt, komm mal. Au! Au! Ey, dieser Dreckspanzer, Alter, der gehört verboten. Die Jungs, Alter, aber die haben Auge, Alter. Ja. Also dafür, dass das, ne, dass man die Feinde nicht sieht, Alter, haben die echt heftige, also so, weißt du, die haben, die spielen schon länger, Alter. Guck mal, mich hat's auf acht Kills katapultiert. Geil, lass uns C erobern. Handmanöver vorgenommen. Ja. Wie kann man sich denn hinlegen, Jungs? Oh, ich hab die Granaten. Witzelot. Witzelot. Achso, Stomper. Oh, ist das bescheuert gemacht, Alter. Muss ich gleich mal umstellen. Komm, Menschi, wir nehmen C ein im Alleingang. Aber du siehst echt cool aus, Mann. Ich bin so die letzte Ratte hier auf dem Schlachtfeld. Alter, ey, Alter. Einen ganzen Baum, Alter. Was stimmt bei denen nicht, Junge? Au, ich bin tot. Ich hab's gesehen, ich hab's gehört. Danke, Paul. Oh, ich bin schon wieder tot. Das ist, äh... Ich weiß nicht, die Richtung nicht. Ja, nochmal. Ach, Mann. Ich weiß, wo er steht. Diagonal rüber auf die andere Seite, wo das kleine MG steht. Oh, jetzt schießt ihr einen Panzer rein. Oh, ich kann nicht bei C spawn doch jetzt. Oh, die Granaten. Bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am Leben. Ja, ich bin bei euch. Oh, gut, Benji, gut. Gut, Benji, gut. Feilig. Fast hätte ich dich mit zerrissen. Noch einer. Minus. Ja, Assis. Dass man nachhaut, nicht gut. Oh, ist das ein Panzer hier? Ein Feindlicher. Ja, ich hab gute Entdeckung. Ja, wie geht Granate? So geht Granate. Mit G. G wie geht Granate. Ich hab ein bisschen Angst jetzt gerade. Also, ich bin draußen. Oh, die Sonne blendet. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Ja, komm, Alter, am Arsch hängt der Hammer. Ich brenne. Mit dem Karabiner direkt. Ja, komm, leck mich doch. Ich brenne. Ich brenne für dich. Da ist noch mehr irgendwo. So, ich hab ja klar Schiff gemacht. Ich hab irgendwelche Ordensbänder kassiert, ohne Ende. Wir haben Einsatzziel... Wir haben Einsatzziel... Wieso hat die meine Granate... Doch, da flog er weg. Man sieht's bloß nicht, dass man einen Kill gemacht hat. Ja, elf Kills. Was? Ich bin sprachlos. Warum? Ja, einfach so. Achso. Oh, da ist schon wieder so ein Klöttersniper da drüben. Ich hab ihn gesehen, wie er durchgeglitscht ist durch die Wand. Ja, das haben wir ja auch über den Browser gesucht. Ja, wir wissen, dass es Hardcore ist. Und... Es macht aber zur Zeit grad ein bisschen Spaß irgendwie. So nicht. Aber ja, auch danke. Das ist... Irgendwie ist... Ich weiß auch nicht. Wir haben normal versucht, normal über die Server zu joinen. Dann... Da findest du keine Spiele. Und dann haben wir aber einen Browser. Ja, und dann ist das hier das einzige gewesen... Wo auch noch ein bisschen Platz war für uns. Weil wir sind vier Leute. Wir müssen ja alle vier rein. Könnten eventuell ja warten, bis... Bis der Surfer ein bisschen leerer wird. Also per Warteschlange. Aber so... Ne, nehmen wir jetzt... Oh, oh. Jetzt hat fast ein Team gelandet. Wieso... Er schießt mich mit einer Pistole. Ich jag das... Google durch die Gegend. Und er stirbt einfach nicht. Oh, oh, oh. Nein! Nein! Ich hab'n Mate erschossen. Hab' ich noch einen erschossen? Hier hab' ich einen mit so'ner Schildkrötenmütze erschossen. Leck mich am Arsch. Gerade die hässliche Schildkrötenmütze. Das tut mir jetzt auch gar nicht leid, weil ich finde die hässlich. Was jetzt... Das kann man doch nicht Helm nennen, diesen Lappen. Dieses breitgekloppte Ding, was auch bis er über die Nase geht, Alter. Das ist doch hässlich. Der hat den Tod echt verdient. Weißte, Teamkill. Du gemacht oder bekommen? Ich hab' eine... Ey, dann schießt ihr auf mich. Ich war das, aber du hast auf mich geschossen, Decker. Na ja. Ne, deine Richtung. Na ja, Alter, ich bin schon hoch, Alter. Ja, da vorne. Da vorne ist ein Schneiber. Ich umrunde ihn. Ich flankiere. Wie wird er hochkommen? Wie hochkommen? Hier ist ein Leiter. Da ist ein Leiter, ja. Da ist ein Leiter. Alter. Och Mensch. Ich flankiere. Und die anderen schießen von oben einfach auf alles, was sich bewegt. Das ist keine gute Idee. Der kam gerade durch. Ich spawne direkt tot, Alter. Ihr Arschgesichter. So war das im ersten Wälbchen. Der Sonneleiter. So war das im ersten Wälbchen. Der spawnt man doch nicht. Alter, mit was für einer Inprunz. Er kommt gerannt und in dem selben Moment bin ich tot. Kann mir doch einer erzählen, was er will. Die cheaten doch alle hier. So wie die ja wild in der Gegend rumballern, müssten die doch tausend Teamkills haben. Oder vielleicht juckt die das auch gar nicht. Die knallen vielleicht einfach so in die Bumper. Das ist ein Einsatzziel Cäsar. Da hinten fährt schon wieder so ein Dreckspanzer rum, Alter. Oh, da war was? Also klar noch ein Server im gegnerischen Team. Wo ist die Panzerfaust? Gab's sowas noch nicht, oder was? Nee, gab's nicht. Gibt's so ne Tankgewerkebziehung. Ey, mach dich aus dem Weg, du Keuler. Du scheißt ja überall hin. Ach nee, da oben ist Benji. Ja, riecht ja mich. Die haben immer pre-fired und alles getroffen. Das war schon sehr sus, aber... Keine Ahnung, vielleicht haben die halt auch schon 2.000 Stunden. Ey, die haben ja sämtliche Deckung weggeschossen, Alter. Was ist denn hier passiert? Ich hab dich geschossen, Senzel, mein Bruder. Was? Ich hab dich erschossen? Das war auf mich geschossen. Wer war mit mir oben? Da kommt einer hoch die Treppe. Ich bin runtergefallen. Nee, ich hab Benji nicht verstanden. Was hab ich geschossen? Du hast auf mich geschossen. Du hast nach oben geschossen. Wir rennen gerade oben. Ach so, ja, ja. Das hab ich gesehen. Und dann hab ich auch abgebrochen. Oh, oh man! Mann! Man muss echt am Anfang mal erst vorbeischießen. Und dann die Kniffte rüberziehen. Nein! Wenn du spawnst, sind alle Tieren in die andere Richtung. Wir müssen zu Dora. Oder wie man das ja nennt. Du kriegst doch keine Hitmarker. Kein Feedback. Nee, aber du hörst ein Ding, wenn du ihn erschossen hast. Ey, hör mir auf. Wer war denn das jetzt? Da kam gerannt. Der hat noch nicht mal gezielt. Passiert da oben einer unserer Männer weg? Nee. Oh, hier. Hier kommen die Schüsse vorbei. Das Tor kann man auf die Tür machen. Ja, ja. Ey, das war auch noch ein gegnerisches Pferd. Ja. Ja, wie kam er denn hier durch, Alter? Der kommt zurück. Ich komm immer noch durchs Tor. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Hochgang. Die Quellen hier rein, Junge. Nee, kann ich hier nicht auch zu zäh laufen? Dann hab ich wenigstens nicht dann den Blick vom Hellen ins Dunkle. Oh, scheiße. Sorry. Und du hast mich erschossen? Ich seh's. Ja. Ich wollte auf den anderen zielen, dann bist du aber immer nach rechts gerannt. Ja, was ist los, Alter? Naughty ist erbarmungslos vor mir zusammengebrochen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, aber da war doch einer in der Mitte und ich wurde von draußen noch mit reingesnipert. Ja. Ja. Oh, was ist denn das, ey? Mist, ich wollte gerade bei dir spawnen. So, jetzt. Blöden Sniper, die gehen eben ja risch auf den Krieg. Wo ist denn der Arschmade? Der Arschmatiker. Ja, Alter, wer töntet uns? Wer hat mich angezündet? Ich nicht. Ja? Oh, Mann. Jetzt hat Schüder einen auf mich geschossen. Ey, das Hardcore ist Cheater Eldorado ohne Ende, weil du siehst nicht mal von wo die gekillt wurdest. Du kannst hier machen, was du willst. Du hast ihn, Junge. Nein! Nein! Die Meterschuss, nein! Oh, Alter, leg mich am Arsch. Also ich halte es ja nicht mehr aus. Ich werde ja nur von irgendwelchen Teammates umgebracht. Ich schieße aber eigentlich auch, passt auf alles. Das sind so Level 3, die haben halt, sie haben auch nicht gecheckt, ob was für ein Servertier sind wahrscheinlich. Das denke ich auch. Ich halte es ja nicht mehr aus. Ich halte es ja nicht mehr aus. Ich will nach Hause. Krieg ist die Hölle, Mann. Wir haben Einsatzziel, Alter. Ey, komm, wir müssen zu Emil. Wir rennen doch so ein Pferd rum, Alter. Mach die Dreckskeule tot! Hörst du Pferdewurst! Ja! Hey! Jetzt sag dich, du wolltest es reiten. Ach Mann! Diese Knarre! Ich kann sie nicht zähmen. Jetzt hör doch Spaß auf. Ich versuche A einzunehmen. Nein! Das war auch einer von uns. Ey, was ist denn das für ein Rotz, Alter. Ich hätte es doch sehen müssen, weil ich war ja auf ihn drauf. Junge, Alter. Hat Probellermaschinen mit Düsen. Ja, ich wollte eigentlich bloß irgendwie hochspringen, nicht runter. Da ist ein Panzer. Eigentlich Fallschirm. Boah, ey. Aber das ist knapp. Ne. Achso, nur wenn ich im Flugzeug sitze. Okay, ich bin da von der Mauer. Du kommst hier oben bei. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Ah, Panzer. Ich bin fertig unterwegs. Ich bin fertig unterwegs. Oh, da waren wir ab. Oh, da waren wir ab. Oh. Oh. Wie geht das? Oh, ich habe 20 Ledged Kills gemacht bis jetzt. Oh nein. Oh nein. Na mir auf. Achso, ich muss ja hier wieder drücken, damit ich spawne. Ah, ne. Ah. Weiter, weiter. Danke. Eil. Du. Paul ist der Beste irgendwie. Unser Luftschiff ist eingetroffen. Was, jetzt kommt der Luftschiff? Ja, das hilft uns. Ja, weil wir verlieren kommt das. So, was machen wir denn jetzt? D oder was? Hier ist noch flack, Alter. Ich mach mich mal ein bisschen links rüber. Ich bin 19 mal gesprungen. Ja. Nein, cool. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wo kannst du denn die großen Krater halten? Aufwärts ist nicht das Pferd. auch so macht das schon spaß wo wer fliegt denn hier ich fliege und nur 502 ist ich habe glaube ich dann habe ich die granaten also ich hätte ja fast die klöten weggeschossen ich habe nur beine gesehen was ist denn das was trifft mich hier ja von oben kam aber auch irgendwas ja das luftschiff fliegt doch über die map ja aber das luftschiff ist ja unseres kein hart kommt ja mal raus und guck mal nach neuen saubern oder